So, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 bei Mission Nachtschicht. Ich hoffe, dass wir es diesmal gebacken bekommen ohne irgendwelche Frame Drops. Ja, ich geh mal hier vorne hin und wir machen weiter bei dieser Mission. Aber erstmal hol ich mir hier die Sniper und los geht's. Eins, drei in Position und bereit. Over. So, ich bin gespannt. Deck den Marien vorm Marsch. So, den hätten wir. Das Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Weiter vor. Statt Firmowelsack, 200 Anlass im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmt uns für uns das Linke vor. Mankowitsch, nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden. Oh, und ich muss, glaube ich, äh, Moment, ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser drehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu laut. Kann das sein? So, ich übernehme mal die Einstellung und weiter. So, passt doch schon viel besser hier. So, dann unterstütze ich sie mal. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir gehen vorstecken. Rechte Seite. Erdgeschoss. Na los. Den hätten wir. Da kommt der Nächste und... Da ist der Nächste, kommt. Ey, verdammt, ich muss den... Ich hole mir die Typen. So, wo ist der Nächste? Bäm. Jetzt lasst mich mal nachladen hier. Na komm, na komm. Wo, wo, wo? Oh, oh. Die oberen Stockwerke? Verdammt. So, den hätte ich. Erstmal wieder nachladen hier, unsere schöne Sniper. Wer ist denn hier noch? Verdammt. Ich geh mal rüber. So. Wo seid ihr? Ach, hier. Okay, komm. Moment. So. Ja. Ich könnte euch helfen, aber wo... Schütze unten rechts. Giebeldach. Siehst du ihn? Wo? Weiter so. Volltreffer. So, jetzt aber. Bäm. Ein nach dem anderen. Oh, oh. Da oben hockt einer. Und los. Jetzt aber schnell. Fuck, fuck, fuck. Von wo? Scheiße. So, erledige ihn. Na los, los, los. Sag mal. Kann unser Team da unten denn gar nichts? Oder warum muss ich hier alles machen? Ich muss auch mal nachladen, verdammt. Nimm dir den Parkplatz vor. Ich hab sie festgetaucht. Laske holt an. Linke Gebäudeseite. Knall ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Auf den Pausenhof. Knall sie ab. Ja, was soll ich denn hier großartiges bewirken? Verdammt. Ich lade jetzt erstmal nach hier. Zum nächsten Mal. Schnell. Hallo? Okay, man merkt, dass ich keine Aiming-Skills mit einer Sniper hab. Denk ich. Oh, wo? Na komm, ich hol ihn mir. Ich versuch's. Verdammt. Scheiße, scheiße. Wo denn? Oh, Granate. Ey, wie hart ist das bitte? Wie soll ich denn jetzt hier irgendwas gegen die unternehmen? Hallo? Hallo? Gut, dass das Spiel speichert. Ich bin nämlich fast tot. Wow. Fuck, fuck, fuck. Runter hier. Boah, ich will weg. Na los, 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 los. So. Und weiter geht's, Campo. Da fühl ich mich doch schon viel sicherer. Aha, und jetzt? Lauf, lauf, lauf. Sichere das Hauptziel. Na gut, dann machen wir das mal. Al-Bashir, hat das überlebt? Ich versuch's, Campo. Wohin? Lauf, lauf, lauf. Oh, 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 oh. Lauf, Mann, lauf, lauf, lauf. Halt sie am Tor auf. Ich muss ihn reinbringen. Lass niemanden an dir vorbei. Ich versuch's, aber... Verdammt. Wo bist denn du jetzt, Campo? Ja, komm. Ich versuch jetzt zu verteidigen hier. So, den hätten wir. Ah, verzieht euch da hinten. Komm. Das ist doch einfach nur... Schwachsinn. Na los, wir haben ihn doch schon. Oh, nein, Kollege. Dich hol ich mir. Los, weiter. Campo, sieh jetzt zu da hinten, Mann. Ich kann nicht ewig verteidigen. So, ich muss mal näher ran. Ja, los, los, los. Ich komm. Und mach die Tür auf, Mann. Hallo. So, geht doch. Kann ich die Tür auch wieder schließen? Das ist... Na, schade. Leider nicht. So, runter, runter, runter. Wir gehen jetzt mal zu Campo. Misfit 1-4. Hier, Razorback 2-2. Wir sind unterwegs zum Abholpunkt. Over. Verstanden. 2-2. Rücken unter Kontakt vor. Bereit halten für umkämpfte Abholung. Out. Oh, nein. Das hört sich gar nicht gut an. Ich muss erst mal hoch. Und dann kann der Kampf beginnen. Scheiße. Albaschir. Ja, wie kann ich Minen legen? Oh, oh. Scheiße, wo? Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Na, das kann witzig werden. Schütze das Hauptziel. Bis die Abholung eintrifft. Fuck, fuck, fuck. Da hinten kommen die Ersten. Was zum? Wow, Campo. Da hoffe ich doch, dass die Abholung bald da ist. Na los. Und weiter. Wow, 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 wow. Genau das mag ich am Battlefield nicht so, dass man wirklich so krass angehittet wird hier. Hallo, was soll das? Heftig. Na, wo seid ihr? Na, wo seid ihr? Wow. Kommt von hier jemand? Nein. Eigentlich warte ich auch nur darauf, bis die hier in unsere Claymo reinlaufen. Weil wenn die hochgeht, dann bin ich mir sicher, dass sie das nicht überleben. Wow. Ey, hört mal auf, mich hier dauernd kaputt zu machen. Welche Waffe haben wir denn hier? Die hole ich mir jetzt erstmal. Wow. Ach nein, das war die Mine. Verdammt, verdammt, verdammt. Äh, ich lege die neue hier hin. Moment. So. Wow, jetzt halte ich einfach mal drauf hier, ey. Die Kollegen da unten kotzen mich gerade echt an. Muss ich schon sagen. Och nö. Wir versuchen's. Verdammt. Dann hebe ich hier nochmal die Mine auf und packe die hier hin. Wow. Scheiße, 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 Mann. Moment. So, jetzt. Weiter geht's. Wow, wo ist denn der Kerl? Wow. Ich hab mich gerade eigentlich darauf konzentriert, das Licht da hinten auszuschalten. Aber irgendwie... Ah, wir haben wieder Munition. Sehr schön. So, weiter. Jetzt hol ich sie mir. Mit der Waffe kann ich nämlich besser zielen. Hallo? Wow, 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 wow. Moment mal. So, endlich ist das Licht aus. Und wir haben den Kerl. Fuck, fuck, fuck. Wo seid ihr, Mann? Hä, ich seh keinen mehr. Hallo? Ist hier gerade eine Mine hochge... Gang? Oder war das nur eine verkackte Granate von dem Typen? Ich glaub, es war nur eine Gran... Granate. Oh. Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Wohin? Campo. Alle Station. Missfit 2-2 ist in drei Minuten da. Bereit halten zu abholen. Over. Die Mine nehme ich lieber mal mit. Ja, komm, komm, komm. Die hebe ich auch auf. Und weiter. Scheiße, wo sind die? Ich nehme mir mal die G3 mit. Na los, na los. Oh, oh. Na toll. Okay, Mine, Mine, Mine. Wo seid ihr, ihr verdammten... Oh, verdammt. Ich glaub, das könnte jetzt wehtun. Oh, ich seh die auch so schlecht. Moment mal. Raus, 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 raus. Und Entdeckung. Ich hoffe jetzt, dass die nur von hier kommen. Wow, verdammt. Lass mich hier wieder rein. Lass mich hier wieder rein. Wow. Das war sowas von scheiße knapp. Campo, helf mir. Junge. Guck mich nicht so an. Du musst auch was machen. Oh, oh. Ich hoffe, wir schaffen uns, das die zu holen. Na komm, na komm, na komm. Ey, da lebt doch keiner mehr, oder? Hallo? Das wird mir hier langsam echt zu doof. Sag mal... Wow. Wo ist der Kerl? Wo ist der scheiß Kerl? Wow, 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 wow. Shit, ich muss nachladen. Endlich. Das war scheiße knapp, Leute. Al-Bashir darf nicht sterben. Oh, hallo. Wenn das so weitergeht, brauche ich hier gleich mal wieder neue Muni. Komm, 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 hinlegen und zack. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Granate, 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 weg hier! Wow. Erstmal versuche ich wegzukommen. Und zweitens... So, jetzt hole ich sie mir. Na, kommt. Wow, Moment. Ey, was soll denn das? Ich habe gar keine Granaten und die können hier schmeißen, wie sie witzig sind, oder was? Das ist sowas von unfair. Hallo? Na, komm. Ihr verdammten Kleinen... So, den aber. Geht doch. Gib mir Deckung! Wow, 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 wow. Rein hier. So, ich vercampe mich jetzt. Ey, verdammt. Ey, wann kommt denn die scheiß Unterstützung? Das regt mich gerade so auf. Die gehen mir hier ja gerade echt auf den Piss. Besonders, weil ich so wehrlos gegen die bin. Wie wäre es mal mit neuer Munition, Kempo? Ja, komm, von dir brauche ich doch nichts zu erwarten hier, Kollege. Nein, so, oh oh. Irgendwas schießt da auf mich. Junge, ich brauche neue Munition. Überleb! Fuck! Das mach ich. Los! Oh oh. Fuck, 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 fuck. Aber was? Ich bekomme keine neue Munition. Wie soll ich dann bitte... Kempo, ich versuche uns jetzt echt zu verteidigen, aber das könnte heftig werden. Na los, los, los. Feuer einstellen! Wir kommen raus! Moment, ich muss mir die AK mitnehmen. So, komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Wir kommen hier an Bord. Wow. Schnell, hier ist unser Taxi, Mann. Kempo. Komm, verdammte Scheiße. Lauf. Kempo, 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 komm. Oh. Was soll der Scheiß? Wir müssen hier weg. Los, los, los. Ey. Euch hole ich mir. So, los, los, los. Und rein jetzt. Wow. Wieso zum... Kempo, Mann. Jetzt mach hin. rein, 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 alle rein, los, jetzt, komm. Was ist mit mir? Hallo? Hallo? Endlich, los, 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 los. Endlich, Mann. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Er darf nicht sterben. Al-Bashir, du bleibst gefälligst da. Du bleibst gefälligst da. Was? Was? Exekutionsvideo? Video? Video? Solemann. 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 Solemann war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wie er alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hör zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Suleyman, wird er zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle in der Hölle. Hey, hey, durchhalten. Na los doch. Mach schon. Al-Bashir. Nein, nein. Bleib am Leben. Na los. Scheiß, ich glaube...